Hallo und Herzlich Willkommen zu einer Runde Rage Mode So damit habe ich schon den ersten Kill Damit habe ich schon den zweiten Kill Hüte mamma mia Dritten Kill Wo ist der vierte? Ich stehe hier voll ungünstig Da war der vierte So ein Mist Na ja man kann nicht immer gewinnen Da läuft einer, da läuft einer Und Da läuft Da läuft Und Da läuft Wir machen jetzt luck. Wir machen jetzt luck. Wo haben die sich versteckt? Dahinten Was war das? Warum ist er durch meinen Schuss durchgelaufen? Jetzt verliere ich sogar noch. Ach nee, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Wenn ich so schlecht hin schieße. Den treffe ich nicht. Oha Scheiße, Mist. Erstmal die Axt vorbeigeschmissen und dann auch außer sich auf den Inventarknopf gekommen. Das kann natürlich nur ein Blut passieren wie mir. Deine ist schon gleich fertig. Das gibt es doch nicht. Wer hat mich als letztes gekillt? 6 Tote, 6 Kills. Ach nee, das gibt es doch nicht. Welchen Platz bin ich in? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechster Platz. Bin auf dem 6. Platz. Bin auf dem 6. Platz. Naja. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.